Diktat mit 86 Wörtern Lernen, Lernen Wie lange Sollen wir lernen? Ist es wichtig Häufig Pausen Zu machen? Worauf müssen wir? Achten, Komma Wenn wir Uns etwas Merken wollen? An diesem Abend Dreht sich alles Um die Frage, Komma Wie man richtig lernt Punkt Viele Eltern sind mit ihren Söhnen Und Töchtern In unsere Schule gekommen Punkt Unser Lehrer Macht Ihnen An Beispielen Deutlich Komma Welche Fehler das Lernen Stören Lernen Und wie man Und wie man Es besser Machen kann Punkt Lernen ist nicht Nur eine Pflicht Komma Es kann auch Spass machen Spass machen Punkt Frage, Zeichen Ende des Diktates Abonnieren Das ist Schleif Das ist Vielen Dank.